Es gibt den Osterhasen. Ich versteck dir jetzt den Osterhasen. Für Collins erstes Ostern. Der Osterhase wird versteckt für Collins erster Ostern. Colin muss jetzt geduldig warten, bis er den suchen gehen darf. Ja, gleich ist es soweit. So, kann losgehen. Ja. Such den Osterhasen. Such den Osterhasen. Such den Osterhasen. Wo ist der Osterhasen? Such den Osterhasen. Wo ist der Osterhasen? Wo ist der Osterhasen? Wo ist der Osterhasen? Ich glaube, er hat ihn gefunden. Super. Da ist der Osterhasen. Klasse. Der Osterhasen. Der schmeckt. Schmeckt der gut? Der Osterhasen. Der Osterhasen. Der Osterhasen. Vielen Dank.